Okay. Warum ey? Ich hab kein Bock auf Endermans. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Ich muss das leider schneller machen. Also, ich mach schneller Aufnahmen, weil ich jetzt in... Okay, in 40 Minuten los muss. Genau gesagt, los rennen zum Bus. Ja, und wir waren hier... ...hier stehen geblieben. Ähm, ich weiß, das war schon lange her, als ich gezockt hab. Weil ich tu ja hier alles vorproduzieren, sag ich mal. Das kann man sich ja auch denken. Jetzt muss ich mal gucken, ob mein Mikro an ist. Denn ich hab wieder keinen Bock, dass ich... ...man mich nicht hört. Okay. Warum ey? Ich hab keinen Bock auf Endermans. Ähm. Ja. Dann würd ich sagen, wir machen mal kurz weiter, wo wir stehen geblieben waren. Eine hier hab ich zugemacht. Aber was hier war, weiß ich leider nicht mehr. Ah ja, hier haben wir... Okay. Hier ging's weiter. Und was hab ich hier gemacht? Und zwar hier. Aha. Hier ist ja gar nichts. Also tut mir leid, ich kann mich leider nicht mehr erinnern. Weil wie gesagt, ich tu hier alles vorproduzieren. Deswegen baue ich hier erstmal alles weg. Achso, ich glaub ich hab hier ne Treppe hingebaut. Also es kann vielleicht sein, dass meine Aufnahme jetzt wieder abstürzt. Weil ich hab hier einen Fehler entdeckt gerade. Aber ich hoff's natürlich erstmals nicht, dass es wieder abstürzt. Also es ist gar abstürzt. Deswegen... Ja. Also, dass sich... Dass die Aufnahme jetzt einfach so ausgeht. Weil meine Festplatte muss eigentlich okay sein. So. Also ich versuch jetzt auch ein bisschen laut zu reden, dass es mit meinem Hals ein bisschen besser geht. So. Bei der letzten Aufnahme hat man auch gehört, dass man vielleicht... Das nicht so laut reden konnte. So. Jetzt hab ich noch 40 Minuten Zeit. Das reicht noch. Also ich mach ja 1515, wie ich schon gesagt hab, bei der letzten Folge. Ich glaub das müsste die letzte Folge sogar sein. Dass ich das über Facebook, Twitter und blablabla was auch immer ich erzählt habe. Dass ich da aktiv bin zur Zeit. Und wer das nicht angeguckt hat, dann ähm... Ich glaub das war die 11. oder 12. Folge. Schaut sie euch mal an. Da erklär ich das nochmal alles. Kann man sich ja jederzeit anhören, das verschwindet ja nicht. Huch. 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 Oh meine Maus. Spass ist da drum. Moment. So. Jetzt. Wie ist die Mausempfindlichkeit? Ja ok. 100% sehr gut. So. Mach mal weiter. Also ich hab hier... Ich möchte jetzt erstmal in den nächsten Folgen mal hier bisschen weiter sammeln. Also weiter nach Sachen suchen. Ähm. Aber wo ich die Sachen gefunden hab, das weiß der Eis leider nicht mehr. Blöderweise. Ach da ist ja schon Eisen. Das kann ich hier eigentlich schon... Zumachen hier kurz bevor ich hier runtergehe. Ich weiß ja nicht was hier war. Deswegen... Moment mal kurz. Meine Kopfhörer... Stör... Drücken grad... So. So. So ist doch besser. Nein nein. Das würde ich aber haben. Ja toll. Ich krieg das jetzt weg. Ohne das hier. Ne. Wisst ihr was ich meine? Natürlich keine Verluste machen. Ohne. Ich glaub ich hab ne Idee. Okay. So. Ich glaub ich machen wir damit sogar ne Eisenrüstung. Gleich nachdem hier... Oh. Fertig ist. Mitzammeln. Ach komm wisst du was. Ich spring da jetzt einfach rein. Und ich will das ja erstmal meinen Bereich sichern. Deswegen mach ich hier erstmal zu. Jawoll. So. Jawoll. Hier gibt's doch so viel. Wo es Wasser gibt da gibt's doch Leben. So. Jetzt hab ich das hier sicherheitshalber mal abgesichert. damit ich jetzt hier nicht gleich am sterben liegen muss ich hoffe natürlich ist es jetzt alles dicht deswegen fange ich jetzt mal an abzubauen und hoffentlich ist es hier ja keine falle denn das ist jetzt echt blöd also das wäre dann echt blöd ich hätte mich dann sowas von aufgeregt weil ich jetzt dann hier alles noch mal machen muss deswegen gehe ich danach nachdem ich alles gesammelt habe gleich wieder in mein heim zurück und sichere erst mal alles ab hier so weil es nicht wie sie aussehen wird kommt da gleich was anderes oder andere daneben ich habe da jetzt eigentlich keinen bock drauf weiterzugehen das sind sicher ich erst mal alles ab bevor jemand hier kommt und denkt er könnte mich hier tollen und da drüben merke ich mir dass diese sachen waren also wenn man schon so ein angebot hat dann sollte man auch darauf zugreifen also also so klar so also habe ich jetzt eigentlich einen bock auch mal auf dem teil ist sehr langweilig so ups level 10 das ist doch lustig das ist doch lustig und da geht es wieder zurück Ich glaube ich hier alles was ich wollte. Ne da oben war was. Da haben wir einen Moment mal. Boah das drückt mich so zusammen hier. Kann sein dass ich wieder meinen Meku atme, weil ich es kurz an meinen Hals gemacht habe. So jetzt drücken wir zwar mein Kopfhörer vom Headset und mein Kopfhörer im Ohr zusammen. Aber das ist ja egal. Och ne ach das ist ja egal. So. Kann ich jemanden zurück in mein Heim und da weitermachen? Boah. Jo. Hey Treppe hoch. Jetzt. Jawoll. Äh. Das. 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 Leg ich ab. Hab ich genug von. Und. Ah gut. Ah. Super. Erst tu ich rein. Die beste Kohle nehme ich mal. Sicherheit falls es nicht reicht. Und jetzt muss ich gucken wie kann ich nun mal eine Rüstung machen. Ich weiß leider nicht. Was war denn das jetzt? Okay. Schere. So ich tu mal hier nebenbei kurz. Ich tu kurz das Internet aufmachen. Das seht ihr jetzt natürlich nicht. So dann kann ich kurz mal zeigen. Es kann sein dass es hängt. Weil jetzt. Ich hab den PC. Ich hab den PC erst neu gestartet. Wie auch immer. Deswegen. Seht ihr das jetzt nicht. So. Jetzt zwei Stück. Ne. Deswegen hängt es dann auch. Also Schere habe ich jetzt schon mal. Das habe ich auch. Jetzt müsste ich hier kurz. Ne. Ich putze. Ne. 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 Ich gehe noch nicht zurück zum Spiel. Minecraft. Kleine. Ne. 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 Hä, warum kann ich jetzt nicht auf den Ding klicken? Ja, kein Wunder. Bis die Ergebnisse geladen sind. So. Scrollen. Endlich, die Seite ladet. So. Ähm, Rüstung. Ja, ne, ich brauch, ich hab Eisen. Leder, nein. Gold, ja, 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 nein. Ähm. So. Da hab ich's. Uh. So, dann hab ich das jetzt schonmal. Das, das, das. Kann ich mir merken. So, da hab ich's. Ähm. Die, äh, die Frames müssen kurz nachladen, tut mir leid. Also, ich hab's auf jeden Fall. Es geht so, aber jetzt hab ich alles vergessen. Äh. Oh, ne, das weiß ich doch noch. Okay. Schnell, bevor ich's vergesse. Ähm. So. So. Das war das. Danach das, 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 das. Was war das? Ne, Kessel brauch ich jetzt nicht. Eisenbrustpanzer, danach das. Ah, ich doch, ich weiß doch, ich weiß doch noch. Jetzt fehlt mir nur noch eines. So. Nämlich die Schuhe. Jo, jetzt haben wir alles. Jetzt kann ich ja das alles endlich mal anziehen. So, jetzt sind wir eigentlich sozusagen gesichert. So. Genau.